Niedersachsen Niedersachsen muss ja nicht lange überlegen, die sind nur zu dritt. Ja, klarer Vorteil für Sachsen, die auch noch zum 5. hier zusammen sind. Und Sie sollten, da Sie die gute Enge aufgebaut haben, Sie jedoch keine Probleme haben, dass da zum Schluss eine Dame unter den ersten dreien ist. So, gleich sind es noch 2 Runden für das Team Sachsen und drüben dann noch 2 Runden für das Team Niedersachsen. Ach ach, ach ach! Niedersachsen So, die letzte Runde wird schon seit einer Triumphfahrt für die Mannschaft aus Sachsen. Sie sichern sich den deutschen Meistertitel, Moastas Mixt und Meisterschaftssilber geht an das Team Niedersachsen. Untertitelung des ZDF, 2020